Wir haben vorher gesehen, dass man Operationsverstärker benutzen kann, um damit Rechnungen zu machen. Wir haben gesehen, wie man addieren kann, wie man subtrahieren kann, wie man auch differenzieren und integrieren kann. Was wir nicht gesehen haben, ist, wie man multiplizieren kann. Und um das zu erklären, wie das funktioniert, dann müssen wir einen kleinen Umweg machen. Wir können nicht direkt multiplizieren, aber wir können zwei Operationen verwenden, um dann eine Multiplikation nachzubauen. Wir verwenden hier wiederum den Operationsverstärker, so dass wir das Eingangssignal auf den Minuseingang geben. Aber in dem Fall wollen wir da in den Eingang hinein eine Diode hängen in Durchlassrichtung. Bei Dioden ist bekannt, dass der Strom und die Spannung so exponentiell zusammenhängen. Wenn man die Durchlassrichtung wählt, das geht da bei etwa einem Volt dann so richtig los und es ist ungefähr so ein Verhalten, das etwa so aussieht. Wir können also sagen, dass der Strom durch die Diode in Durchlassrichtung ungefähr E hoch UE ist. Natürlich braucht es dann noch Vorfaktoren, die dann das Ganze wirklich anpassen an das, was passiert. Aber wir wollen jetzt für die Operationsverstärker nur mal diesen Zusammenhang benutzen. Also der Strom hier in die virtuelle Erde ist dann gerade E hoch UE. Jetzt wollen wir da auch wieder eine Rückführung machen über einen Widerstand vom Ausgang zum Minuseingang des Operationsverstärkers. Der Widerstand ist hier. Die Ausgangsspannung UA führt jetzt dazu, dass auch ein Strom von Null auf die negative Ausgangsspannung fliesst und ein Spannungsabfall erzeugt hier. Und nach dem Urgesetz können wir sagen, der Strom hier von Null auf Minusea ist dann auch gleich gross wie UA durch R. Der gleiche Strom, der hier fliesst, fliesst auch da und ist gleich gross wie UA durch R, und zwar Minus. So dass wir jetzt finden, dass UA, die Ausgangsspannung, Minus R mal UE ist. E hoch UE ist. Also ein exponentieller Zusammenhang. Das ist sehr interessant, dass man hier quasi eine E-Funktion von dem hier erhält, auch zeitlich. Und wir können auch jetzt umgekehrt mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt im Ausgangsteil, also hier in der Rückführung, eine Diode nehmen. Also wenn wir so etwas machen, Opamp Minus Plus, da wieder auf Null. Dann lassen wir jetzt einen Widerstand hier stehen. Machen dann diese Rückführung jetzt mit einer Diode in die Durchlassrichtung so. Voilà. Das gibt dann hier Eingangsspannung, Ausgangsspannung. Wiederum mit der virtuellen Erde hier gerechnet, kann man sagen, dass der Strom hierdurch UE durch R ist. Also I ist auf der Eingangsseite gleich UE durch R. Und auf der Ausgangsseite haben wir jetzt mit diesem Gesetz hier wiederum ein Strom, der aber jetzt von der Ausgangsspannung getrieben wird. Also.